Warte mal, ich hab hier so einiges an... Hä, du schwul? Ein alter Arbeitskollege hat auf mein Bild reagiert. Wie es scheint, hat Danny sich ganz gut eingelegt. Die Leute meinten immer, er wollte ein Königreich herrschen, selbst wenn es ein leeres wäre. Nur mal kurz für ein Kumpel, aber 20 Euro für ein Spiel wie Fortnite, dass es umsonst gibt. Das Spiel ist ja aber mittlerweile auch umsonst. PUBG ist ja kostenlos, deswegen haben die Leute ja alle gemeckert. Weil Leute haben dafür Geld ausgegeben und dann wurde das irgendwann kostenlos. Ja, PUBG ist kostenlos geworden. PUBG ist kostenlos und Leute haben gemeckert. Die wollten ihr Geld zurück und sowas alles. Weil das Nichtsgönner sind. Die gönnen nicht, dass wir... Oh, gucken wir hier oben. Die gönnen nicht, dass wir auch mal kostenlos mitspielen dürfen. Tatsache. Was heißt hier Tatsache? Traubmann. Lügen meine Titten? Hä? Lügen die? Hast du jemals gesehen, dass eine Person mit Titten gelogen hat? Ich denke nicht. Ich... Du musst das doch... Was heißt hier Tatsache? Als ob du es nicht geglaubt hättest. Ich... 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 Ich meine, dass du nachguckst, ist ja kein Thema. Weil du einfach wissen willst, ähm, ob du das wirklich runterladen kannst jetzt einfach. Aber der Spruch Tatsache klingt so, als hättest du mir einfach gar nicht geglaubt. Ich... Leben! Ja... Ja doch, die habe ich prinzipiell schon geglaubt. Und ich hatte nur nie angenommen, dass es wirklich umsonst ist, weil das ewig preisstabil war. Sogar auf Dubiosen sein. Das ist aber auch schon lange kostenlos. Das ist nicht erst seit einer Woche kostenlos. Also Minimum ein Jahr bestimmt schon. Aber dafür hast du ja mich. Ich bin da, um dich aufzuklären. Sehr geehrter Zuschauer. Bonny. Letztes Jahr oder dieses Jahr? Ich habe, wie gesagt, null Zeitgefühl. Also ich würde jetzt sagen, letztes Jahr Januar. Letztes Jahr. Siehst du, habe ich doch gesagt, schon seit einem Jahr. 22. Aber ich bin so gut. Sag, dass ich gut bin. Sag es. Guck mal, die fliegen auch wirklich dahin, wo man sie auch wirklich braucht. Dann ist das schon so lange her, dass ich das letzte Mal danach geschaut hatte. Ja, aber dafür hast du mich, Traubmann. Dafür hast du mich. Ich bin für dich da. Nur Milch kann ich dir keine geben. Nur Sahne. Ich kann nicht glauben, dass schon wieder Weihnachten ist. Dieses Jahr habe ich dir gar kein Geschenk gekauft. Aber ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Ich arbeite noch dran. Eine neue Waffe. Was ist denn ein Spritzkill? Kann man hier auch doppelt machen? Nee, ne? Spritzkill. Jetzt kommen hier die Spritzkills. Aber ich sag dir das, du. Ich sage dir das, du. Nee. Du. Ja, okay. Aber ich nehme dir das auch nicht übel, dass du das nicht wusstest. Weil du bist ja gar nicht in diesem Milieu. Ich bin ja ständig. Also Gaming bin ich ja drin. Nicht du. Oh mein Gott. Ich kann mich da nicht holen. Doppel-Fast-Kill. Hallo. Jetzt komme ich. Nein. Boom. Wandsprung. Gymnamescher Aufspritzkill. Boom. 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 Oh. Daneben. Ich weiß auch nicht, was ich da geschafft habe. Aber irgendwas stand da. Dynamische Dinge. Ich bin von der Boots. Dann haben wir mehr nicht. Was ist das da oben? Was hat? Das war eher was zum einsammeln. Muss ich das abschießen? Das hat bestimmt wirklich was zu bedeuten, wenn die Banane ins Wild kommt. Ja, aber sagen wir mal lieber was da da ist. Ja, aber kein Doppelsprung oder so. Ein C für Charmant. Denys Büro muss hier irgendwo sein. Und wenn wir die Spur vom Kopfgeldjägern weiter folgen, müssen wir irgendwann dort eintreffen. Ein Skateboard. Hä? Äh, ich bin vom Skateboard abgesprungen. Okay, ich glaube ich brauche... Ähm, Doppel-Usi. Oh Mann, ich bin schon wieder vom Skateboard runtergefallen. Oh Mann. Auch wenn der Ball kommt. Oder Thun? Ja. Ich bin vom Skateboard. das war schon heiß wortwörtlich muss ich da runter ich glaube nicht ich wollte ja schon runter abgeschlossen b für bravo guck mal ist hier vielleicht das bananenbild war hier die banane vielleicht bei so einem bild hier immer kann man als gift speichern und auf twitter direkt warum sollte man das auf twitter machen auf twitter kannst du so viel scheiße posten das ist ein interessanter beruf kopfgeldjäger zu sein ich frage mich ob zahnärztliche zusatzleistung gewöhnlich im vertrag inbegriffen sind weil die immer aus morgen kriegen diese ordnung macht mir da banane wir gucken uns gleich mal an ob dieser move hier gleich als gift kommt so so In Zeitlupe sieht das aber auch schon geil aus Ja, das ist schon geil aus Okay. Huiuiuiuiuiui Der ist doch eigentlich da, Bratwanne Dafür ist die Bratwanne Damit ich gegen die Bratwanne schießen kann Damit die Kugeln abprillen an der Bratwanne Schlau reagiert von mir, sag ich nur Oh Warte mal Hahaha Tata, ich wollte das Skateboard da am liebsten Oh Da, wieder eine Banane Aber dann wären das ja zwei Aber vielleicht war die Banane jetzt besser als die andere Banane Also Ah So C für Chesskinder ist besser Hier mit der Bratwanne Mit der Bratwanne kam aber keine Banane Keine Ahnung wofür die Banane ist Wenig Munition Was, Alarm? Alarm Knöpfe hier oder was Das heißt ich muss die Leute töten Bevor sie den Alarm auslösen Hier scheint ein Sicherheitsnetz dichter zu werden Wir müssen dann nicht genug Scheiß Baumaschine Wahrscheinlich empfiehlt es sich niemanden Alarm auslösen zu lassen Ach wirklich Das Bohren hört man, ne? Scheiße Wenn man das Bohren hört Ist das nervig im Video Was ist das? Oh In den Arsch Und der Armas kommt hier raus Wenn die Alarm auslösen Oh da ist ja noch einer Hallo Hallo was ist mit dir? Ah jetzt Wenn dann wollen wir auch die volle Punktzahl haben Scheiße Er hat Alarm geschlagen Scheiße Schlag Alarm Nein Hör auf Alarm zu schlagen Nicht Oh ich hab ihn doch gerade in den Kopfschutz verpasst Ein Geschützturm kommt von da oben raus Erzähl mir nix Nein Was mach ich hier? Banane Aber die Zeitlupe Die Zeitlupe, ne Die geht irgendwie hoch Also pro Kill Glaube ich Wenn ich mit der Zeitlupe Leute töte Weil ich hatte ja jetzt gerade Unendlich lange Zeitlupe Hör auf Scheiße, nicht schon wieder Ne, mit jedem Treffer Banane Also sobald ich einen Gegner treffe Okay So und dann rein Der pisse ich Keine Emotion mehr Scheiße Okay Okay Zeitlupe an On the go Scheiße Nice Nicht so toll Aber egal Hat ja irgendwie funktioniert Ja, aber jetzt kriege ich keinen Sternbonus Keinen Alarmbonus Kommt jetzt Boss Ja Aha Sieh an Da ist Danny Mal schauen, ob wir endlich rauskriegen, wer das Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat Nein, nein, nein Oh Mist, 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 Mist Ja Seltsam Oh Lauf Schnaufe Okay, ich weiß, was ich machen muss Mal warten, bis er zu Ende geschossen hat Rüber Rüber Oh, ne, 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 ne Shit Nicht gesehen, dass er Okay Okay Oh, ne, 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 ne Oh, ne, 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 ne Skatewatch Aua Die Stromflinte abgekriegt Irgendwie kriege ich das mit dem Skateboard noch nicht so wirklich hin Oh, ne, 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 ne Oh, shit Wie so'n Sack Reis, ey Oh, shit Abgesprungen Okay, jetzt kommt Fluggerät Wo muss ich denn drauf schießen Auf was muss ich dann schießen Um den Schaden zu machen Ich mach keinen Schaden Ich mach keinen Schaden Tod Auf was muss ich dann schießen Ah, von hinten Okay, ich seh schon Ich seh, okay, okay Ich weiß, was ich machen muss Ähm Ja, warte Ja, warte, 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 warte Oow expenses Ja, warte, warte Aai, 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 aai Woooooooo Oh, danke Grain Ouch, 죄, ich beide Okay Okay, cool. Ah, das ist ein Kuh. Doppelwaffen. Oh, shit. Ah, kommt schon, Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Er darf nicht entwischen. Los, spring hinterher. Hinterher? Er darf nicht entwischen. Ich habe mich einfach in Ruhe. Ich bin froh.